Hallo Freunde der Skylands, ich habe heute für euch ein ganz tolles Special und zwar mal wieder ein Skylanders Gewinnspiel und zu gewinnen gibt es dieses niegelnagelneue original verpackte Skylanders Trap Team Starter Pack für die Playstation 4, das ist der Hauptpreis, der erste Preis und als zweiten Preis gibt es zwei Trap Master, einmal den Bush Rack und einmal Head Rush zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, hängt mit dem Grund für das Gewinnspiel zusammen, das werde ich jetzt ganz kurz erklären. Und zwar habe ich in ein paar Tagen Geburtstag und nicht irgendeinen, ich nulle zum vierten Mal, mein 40. Geburtstag am 26.11. Und ich habe mir gedacht, immer nur Geschenke bekommen, ist langweilig, ich teile mal ein paar aus. Deswegen unser Gewinnspiel mit freundlicher Unterstützung von Activision, die die Preise gesponsert haben. Ja, aber worauf ich hinaus möchte, wie gesagt, ich werde 40 und ich habe öfters mal das Problem, dass mich Leute fragen, Mensch du, du bist schon fast 40, erwachsener Mann, warum spielst du eigentlich mit Skylanders, mit einem Kinderspiel? Und vielleicht wird der ein oder andere Erwachsene, der das hier sieht, das vielleicht wiedererkennt. Deshalb habe ich mir gedacht, das wäre eine gute Idee, da immer eine passende Antwort drauf parat zu haben. Deshalb ist die Vorgabe für dieses Gewinnspiel, nennt mir doch einfach mal eine richtig knackige Ausrede, die man für diese Gelegenheit benutzen kann, warum man als Erwachsener Mann mit Kinderspielzeug spielt. Wie gesagt, schickt mir da Vorschläge und bitte jeweils nochmal einen Vorschlag. Und die beste Lösung, den besten Spruch wird dann den Hauptgewinn absahmen und der zweitbeste wird den zweiten Preis bekommen. Ihr könnt mitmachen per E-Mail, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an info-at-kaldan.de Schreibt noch euren Namen dazu und die Adresse, an die der Gewinn im Gewinnfalle gehen soll. Die persönlichen Daten werden natürlich von mir nicht weitergegeben und nach Ende des Gewinnspiels sofort wieder gelöscht. Als Einsendeschluss nehmen wir den 26.11., allerdings morgens um 8 Uhr. Weil ich werde dann an dem Vormittag den Gewinner ermitteln, werde mir also den besten Spruch, die beste Ausrede raussuchen und werde die dann im Laufe des Tages per Video veröffentlichen, den Gewinner und den zweiten Platz. Das wird dann wohl so frühen Nachmittag werden, bis das online ist, bevor bei mir dann die Party startet. Hier also nochmal die Möglichkeit, ein schönes Starterpack von Trap Team für die Playstation 4 abzusahmen. Oder wenn man eventuell selbst schon eins hat, wäre das ja vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, der eine Playstation 4 hat. Oder eben zwei super Trap Master abzugreifen. Einmal Element Erde, einmal Element Leben. Die sind beide sehr gut. Wir spielen die auch. Das ist Barts Lieblings-Trap Master Headrush und einer meiner Liebsten ist Bushwack. Wirklich zwei gute. Also, wie gesagt, eine gute Ausrede, warum ein erwachsener Mensch mit Skylanders spielt. Und jetzt nicht so etwas ganz einfaches wie, mein Sohn spielt eigentlich damit und deswegen spiele ich ab und zu mit. Ne, 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 es muss schon was Gutes sein. Gebt euch Mühe. Ja, das ist es eigentlich. Sendet das ein an info-at-kaldan.de. Per E-Mail, Name, Anstreff dazu. Und dann kann ich euch nur viel Glück wünschen. Wir sehen uns am 26. Tschüss!